Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, stelle ich Ihnen in einer einmaligen Sondervorstellung meine letzte Komposition vor mit dem Titel Mozart's Tod. War ich? Oder war ich? Ich war der erfolgreichste junge Musiker in der Stadt der Musik und plötzlich war es ein Verwirbeln. Mozart! Mozart! Mozart ist da! Ich wünsche dir, wir können keinen Wettstreit veranstalten. Musiker sind in meinen Augen keine Perle, die man zu rennen antreten lässt. Hat es deine Meisterin wirklich gefallen? Ja, also ich fand das hochinteressant. So viele Noten euer Meisterin? Ja, genau so viele benötigt sind euer Meisterin. Nicht mehr und nicht weniger. Das wär's ganz gut. War Mozart gut? Das wird einige von Ihnen überraschen, aber Güte spielt keine Rolle in der Kunst. Der Sieg ist einfach. Oh, Gott. Er. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast mich dran hier. Das ist schwierig. Eracht! Schöpfe! Halb! Kapitel! Mozart! Was ist das? Er ist sonderlich geworden. Er bleibt ganze Tage in seiner Wohnung. Lässt seine Kerze die ganze Nacht überbrennen. Um ehrlich zu sein, geht's mit Sie nicht. Ich bin vergiftet. Alles verlässt mich. Jetzt darfst du töten. Sie rennen von mir davon. Wir sind weiter für dich. Nein. Seitdem du ausgetopft bist, lege ich in der Hölle. Mozart, Vater! Sie werden diese Lüge glauben. Wann immer jemand den Namen Mozart blieb voll ausspricht, und auch einer genannt werden, Valas! So bin ich noch mal unsterblich. Aber...